Ein neuer Dollar, ein neuer Stickman. Willkommen zurück zu Stick It to the Stickman, das coolste Stickman-Game und es kostet überhaupt gar nichts. Leute, in der letzten Folge habe ich euch einen Link in die Kommentare reingehauen, dort könnt ihr euch das Spiel herunterladen. Es steht zwar da, ihr könnt dem Künstler, dem Creator einen gewissen Betrag geben, wenn ihr das wollt, aber ihr könnt auch sagen, nö, will ich nicht, bring mich direkt zum Download und dann könnt ihr das Spiel kostenlos herunterladen, weil viele gemeint haben, hä? Das kostet doch Geld. Es kostet kein Geld. Was auch kein Geld kostet, mir eine kleine Bewertung da lassen und dann schleudern wir uns mal rein. So, was nehme ich denn heute? Ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, ich nehme mal den Jogger. Obwohl, nein, ich will den Kaffee-Süchtigen spielen. Der klingt irgendwie sexy. Oh, ich bin so verdammt müde. Ich brauche Kaffee, ganz dringend Kaffee, sonst laufe ich am Morgen. Ich bin gefeuert. Nicht heute, Kumpel. Boah, die gehen mir direkt auf die Nase. Alter, ich schütte mir hier Kaffee rein und buffe mich damit wieder hoch. Wie geil ist das denn? Und hier kommt auch noch so eine richtig schöne Schelle des Todes. So, was nehme ich dann? Noch mehr Kaffee-Action oder Messer? Nein, wir rollen mal. Ah, wir rollen nochmal. Ich bin heute risikofreudig. Und der letzte Roll. Ah, wir nehmen den Punch hier noch mit. Weil ich meine, wenn ich zu viele Sachen habe, die Munition kosten, ist das schon sehr unangenehm. Man braucht die guten Punches. Ich nehme meine Kopfnuss mit. Könnte witzig sein. Könnte witzig sein. Man kann dich upgraden. Ich will meinen Kaffee verstärken. Okay, warte mal. Hier, hauen wir auch noch kaputt. Das ist halt so ein geiles Spiel, Freunde. Red Bull. Geil, Mann. Und damit kann ich mich hochheilen. Verdammt sexy. Hey, kleiner Mann. Bam. Leider bin ich kaffeesüchtig. Okay, schnell, schnell, schnell. Run like a Ninja. Ich nehme das hier mal mit. Schnappen wir uns hier noch die Munition. Hauen wir das hier noch kaputt. Und holen uns den ersten Baus. Alter, Alter. Wir gehen ab. Diese ganzen schnellen, kleinen Angriffe. Damit kannst du jemanden easy totstampfen. So, noch nach oben gehen. Bam. Okay, mit dem Energy Drink kann ich mich immer ein wenig hochsniffen. Was sehr geil ist. Ich bin mal gespannt, was für ein abartiges, geiles Build wir hier zusammenbauen. Wir machen halt wenig Damage. Ich brauche jetzt irgendwas, was noch so richtig schön reinzimmert. Irgendwas, was richtig schön klatscht, Freunde. Immer dieses Schlürfen. Da, du bist noch am Leben. Bam. Moin. Gib mir irgendwas zum upgraden. Ich will noch mächtiger werden. Alter, ich kann Kokain sniffen. Okay, Kokain muss sein, Freunde. Es geht nicht anders. Wie geil. Oh mein Gott. Okay, genial, Mann. Genial. Wie sich jedes Mal hier so eine Line reindudelt. Heilt mich die Line noch? Ja. Sie heilt mich nicht mehr. Okay, Kokain heilt nicht. Gibt immer nur ein bisschen Slow-Mo. Aber hey, wenn man Kokain angeboten bekommt, dann... Nein, man muss es nicht nehmen, liebe Kinder. Nehmt kein Kokain. So, Heilung mitnehmen und dann hier Upgrade abdudeln. Der Ground Slam. Ich nehme den Ground Slam mal mit. Boom. Alter, aggressiv. Der nächste Boss und der ist angekettet. Boom, in dein Gesicht. Rolch. Ich bin voll auf Kokain. Leg dich mit einem Mann, der Rand voll ist mit Koks, lieber nicht an. Ah ja, kann ja gar nichts machen. Ich bin ja voll der Speedster. Schaut mich an. Ich bin ja richtig auf Crack. Die Kette. Die Kette. So, hat's ja dudelt. Aber die Frage ist halt, kommen wir diesmal weiter? Ich weiß es nicht. Ich meine, Hulk Smash ist ganz witzig. Verzeih dich. Leider können wir den hier noch nirgends vorunter kloppen, weil wir jetzt aus dem Keller raus sind und ja, Erdgeschoss waren. Bam. Boah, dieser Smash ist so verdammt gut. Den müssen wir ausbauen. Smash ist sexy. Raus. Raus aus meinem Büro. Max. Okay, wir sind schon auf Maximum. Dann werde ich den Smash, glaube ich, auf Quaken. Ich will den mal voll sehen. Boom. Geil, Mann. Schon erledigt. Na, Chef? Wow, 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 wow. Wow. Kommt ja gar nicht mehr auf die Beine. Raus mit dir. Geil, Mann. Uh. Volle Munition und... Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Lebensenergie. Sonst wird das alles zu kritisch für uns. Ich meine, es ist jetzt schon ziemlich kritisch. Dieses Sniffen. Es ist schon geil, aber besser wäre wahrscheinlich wirklich, den Kaffee zu lassen, weil man sich damit halt echt gut heilt. Das ist echt ein Wahnsinnsvorteil. Ich wusste halt nicht, dass Kokain... Gut, Kokain hat keine heilende Wirkung. Das kann man sich schon irgendwie denken. Das Sniffen ist so gut. Aber das war es wert. Das war es wert. Na, Jungs, ich bin voll drauf. Raus! Okay, ich will weiter hier machen. Wie? Jetzt ist es schon Maximum. So, dann hole ich mir hier ein Torpedo. Den kann man nur einmal verbessern. Oh! Oh, ich bin gleich hier unten gelandet. Und da fällt noch eine Leiche runter. Okay, Torpedo ist risky. Besonders hier. Besonders hier. Ich bin mal gespannt, was er noch alles aus dem Spiel rausholt. Bam! Achtung! Torpedo! Aber er ist very strong. It's a trap! Torpedo! Ah! Alter, ich liebe Torpedo. Schnell! Meins! Ähm! More Rolls nehme ich mir mal hier. Bam! So, was kann ich denn hier mir holen? Torpedo in Mind Attack! Her damit! Absolut, her damit! Oh, jetzt haben die schon Knarren. Alter, was flüstere ich hier? Mind Attack of Doom. Das ist so ein gutes Spiel. Oh nein, 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 nein. Das war's wahrscheinlich. Yo, das war's. Hätte ich doch nur ein bisschen Heilung noch. Muss irgendwie rausprügeln. Prügel ihn raus! Okay, Mind Attack macht kein Damage. Ja, er ist beinahe draußen. Ich mein, ich mein, ich lehme ihn die ganze Zeit. Oh, und wieder weg mit dir. Ich mach ihn irgendwie dumm. Aber ich mach halt echt kein Damage. Ich mach echt kein Damage. Was hat die gerade gesagt? Irgendwas von Steuern. Okay, da würde ich auch durchdrehen. Steuern sind anstrengend. Ich versuch ihn rauszukicken, aber es ist nicht so leicht. Ich hab wieder ein bisschen Damage genommen. Komm schon. Prügel ihn raus, aber da ist Zeug im Weg. Er dodged auch jedes Mal. Ja! Oh, das war Kampf der Behinderten. Einer dümmere als der andere. Oh nein. Fetzo. Fetzo, Mike und seine Boys. Was ist das? Mind Control. Was ist das für eine kranke Scheiße? Nein, das ist voll am Durchren oben geschenkt. Haha. Ey, ich hab's noch geholt. Was war das? Okay, das ist geil. Mit Mind Control krieg ich euch so an den Sack, ey. Dazu noch Kokain. Comedy-Kokain-Matrix. Ich wünsche, ich hätte nur ein paar Attacks mehr. Ich hab einfach keine Attacks, Boy. Das ist ja doch irgendwas von Taxes. Steuern. Ich mein, klar, da kriegen die direkt Schiss. Wenn die sowas hören. Alter, meine Kokain-Fähigkeiten sind so strong. Ich brauch unbedingt noch einen Angriff. Ich brauch unbedingt noch einen Angriff. Moin. I'm hungry. Ich bin auch hungrig. Nach einem neuen Angriff. Geh weg. Okay. Ground Slam. Noch mehr Slam? Wir slammen ja richtig rum. Alter, wir sind ja Slammer, ne? Wir machen sie lahm. Wir machen sie mürbe. Aber wir machen kein Damage. Ne Klebekanone. Herder mit. Kann nur besser werden. Klebekanone ist neu. Kenn ich nicht. Will ich haben. Was? 22 Schaden? Hat da eben gerade so ein Wahnsinns-Damage gemacht. Oder waren das einfach 2-2en? Na, es waren 2-2en. Boah, das gefällt mir gar nicht. Bleib weg, bleib weg. Bleib weg von hier. Wir müssen irgendwie rausmobben. Hältst zu viel aus. Aber er ist zu fett. Der Dude ist zu fett. Gebt mir Heilung. Jetzt habe ich einen doppelten Shaker. Ich glaube, ich hole mir mal... Das ist auch ein Ground Slam? Ich slamme zu viel. Machen wir hier noch das Paket besser. Boah, deine Heilung wäre so gut. Okay, da oben sind durchtrainierte Juppies. Es wird also nur schlimmer. Oh, und so ein Typ, der dich belabert. Bam. Raus nicht mit mir. Mit den anderen. Oh, er hat mir direkt in die Fresse geschossen. Oh, Mann. Neue Klasse, neues Glück. Diesmal ein Mann mit einer Knarre. Alles klar, Jungs. Let's go. Diesmal haben wir den Dodger. Oh, wow, wow. Geschenk und alles. Wie geil ist das denn? Und ich nehme mir... Ich nehme mir... Ich nehme mir das hier mit. Heute bin ich sehr waffenlastig. Ich glaube, da schauen wir mal durch. Schaut, könnte witzig sein. Aber wir rollen nochmal durch. Ich glaube, ich nehme noch ein Uppercut mit. Uppercut, um ein bisschen Damage zu machen. Hier drüben ist ja schon das nächste Geschenk. Wie geil ist das denn? Bitte lasst mich durch. Dankeschön. Was haben wir bekommen? Ich weiß es nicht. Aber der Mann ist ready. Der Mann ist ready zum... zum Morden. Direkt verwöhnt worden. Bam. Uppercut of Doom. Geht da rein. Rangelt hier ein wenig rum. Und shootet alle weg. Okay, ich will eine Machine Gun. Ich will auf jeden Fall eine Machine Gun. Wir haben auch noch Bonus Munition. Was auch sehr, sehr gill ist, kleiner Mann. Machine Gun ist King, Baby Boy. Alter, wie gut ist denn bitteschön die Machine Gun? Ui, noch ein Geschenk. Okay, wir holen uns ein bisschen Lebensenergie. Hau den Dreck hier mal weg. Und... Alter, eine Minigun. Eine Minigun. Ich glaube es nicht. Wie geil ist bitteschön... eine verdammte Minigun. Okay, wenn ich um will, kann ich direkt hier... aus dem Weg... Minigun rausholen. Alter, geil Mann. Geil, geil, geil. Mann mit Minigun... kannst du nicht aufhalten. Außer du bist ein großer, muskulöser... Bürohengst. Dann eventuell vielleicht. Ich roll mich durch und schieße mich weg. Boah, geil Mann. Minigun macht jetzt schon mega Laune. Okay. Shuriken. Boom. Ich brauche mehr Money. Minigun trinkt nichts ohne coole Munition. Alter, was halten die schon wieder aus hier? So, kleiner Mann. Genieß die Show. Okay, mit einer Minigun und dem Wahnsinns Damage... könnte man es hinbekommen. Erstmal einen schönen, saftigen Tritt in die Eier. Na, komm raus. Ich sagte, komm raus. Dann halt so, mein Freund. So, Minigun ist Maximum. Ich glaube... Ich hätte gern Teleport. Oder das hier. Ja, komm, wir holen uns noch mehr Munition. Boah, geil. Heilung und Muni direkt reingetankt. Let's go. Kleiner Mann. Boah, dann bin ich so ready mit meiner Minigun. Okay, wie schnell hauen wir den jetzt weg? Wahrscheinlich easy going, ne? Uff. Bam. Minigun regelt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Munition finden würde, wäre das sehr, sehr edel. Okay, hier ist nix. Ich muss mal die Kleberkanone holen und die dann verbessern. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Hoho. Direkt fertig gemacht, den Kollegen. Jo, was geht? Wir kleinen Dullis. Oh, das ist geil, Mann. Lucky Bullet ist für den hier ja fast Pflicht. Lucky Bullet ist ja für den hier fast Pflicht. Erledigt, nice. Und hier, zack. Lucky Bullet. Boah, ich hoffe, der Dude da oben hat ein bisschen Muni. Für den alten Mann. Dankeschön. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Da werde ich richtig verwöhnt. Okay, Kleberkanone ist am Start, Frandos. Nicht in die richtige Richtung, leider. Oh mein Gott, machen wir ein Damage, wenn wir treffen. Da wird mir keine Munition gegeben, der Dude. Ich glaube, ich hole mir, obwohl. Hammer. Hammer ist bestimmt auch nicht schlecht. Damit wir ein bisschen was hier noch für einen Nahkampf haben. Boah, die Minigun ist King. Da oben ist die Party des Jahrhunderts. Und Oldboy. Da wurde jemand ge-oldboyt. Obwohl, die müssen wir eigentlich gar nicht alle fertig machen, ne? Andererseits, sie geben mir auch ein bisschen Muni. Andererseits, da oben ist richtig dick Muni. Geh weg. Ich muss mir den Muni holen. Was? Okay, wir haben sie eingesammelt. Gut, ich dachte schon, ich hätte irgendwas versäumt. Phaser Gun. Na also. Lasst euch mal hier ordentlich durchslappen. vom alten Onkel Slappy Face. Ich nehm das hier mal mit. It's a trap. Du sagst es, mein Freund. Alter, wie hier die Ninjas um die Ecke kommen. Bam. Dankeschön. Gut, Mann. Richtig gut. Und hier direkt wieder Belohnung. Und ich nehme den Teleport. Obwohl, ich würde auch den Hammer verbessern. Ich will so vieles. Ich will so vieles. Boah, Teleport ist aber auch nice. Achtung, Achtung, Achtung. Alter, der Taser macht 6 Damage. Boah, der hat mich von hinten geninjert. Chabada, Chabada, Chabada. Hammer ist auch gut. Und schon. Haben wir den schon erledigt. Nein, er lebt noch. Oi, 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 oi. Boah, der macht 6 Damage. Aber wir gewinnen. Und wir können uns heilen. Ähm. Ich nehme den Brüller mit. Jetzt kann ich auch noch Leute anbrüllen. Nehme die Munition mit. Boah, der ist gegen fette Typen. Der Brüller. Der sieht so lächerlich dämlich aus. Alter, du merkst auch schon, du brauchst die Controls, ne? Like me, dir. Ich will mal so ein full Nahkampfbild. Ich meine, jetzt habe ich so ein full Schusswaffenbild. Alter, ich habe den Tod gebrüllt. Fünf Damage. Mit Brüllerei. I'm hungry. Äh, black hole. Black hole. Definitiv. Bezieh dich. Komme ich hier nochmal irgendwas, oder? Oh, der fette da oben ist nämlich very strong. Uff, das wird mies. Black hole, rette mich. Oh, der ist so stark, der Dude. Ich habe halt irgendwie nichts zum rauskicken. Bei dem brauchst du irgendwas zum Kicken. Jetzt hänge ich auch hier im fetten Black Hole. Alter, was hält der aus? Was teilt der aus? Durchsand. Ich mache kein Damage gegen den. Brauchst du so einen Kick-Move? Ja, irgendwas jetzt, um rauszukicken. Alter, gibt's nicht. Da hat er mich weggeprügelt. Aber hey, coole Varianten. Ich muss noch so ein bisschen reinkommen, was man am besten alles kombiniert. Ich meine, Black Hole ist ganz witzig. Ich kenne halt vieles noch nicht, deswegen experimentiere ich so ein bisschen rum. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich wette, es wird noch eine Folge geben. Ich meine, meine erste Combo damals war zufälligerweise extremst gut. Und ja, schauen wir, was die anderen Variationen so alles mitbringen. Wir haben eine kleine Bewertung da lassen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und tschüss!